so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal nein auf meinen heute gibt es die big flashing thunder 2 von leko ist es auch so viele schöne poppenrohre gekauft habe ich die beim feuerwerk land beim reste schießen die farben gibt und wir finden die in gelb rot blau und grün und lila ich würde ich sagen fangen wir mal mit dem lila nennt an ja der war schon mal richtig geil ich habe jetzt hier den grün in der hand den grünen machen wir gleich den grünen hinterher also die sind gut laut und haben dazu noch ein schönes bouquet also finde ich ganz schön jetzt der rote bist du tief zerlegt ja die finger ist ja haben wir noch die jahre black in yellow black in yellow Der war auch richtig nice. Und jetzt das Beste zum Schluss. Der blaue. Gönnung pur. Hier auf dem Stein, komm. Und dann. Und ich wage zu behaupten, dass der ein kleiner Diamond Blue ist. Also, bin gespannt. Hab ich mal gar nicht gesehen. Naja, es kommen ja jetzt noch die alle in dunkel. Also, viel Spaß. Und jetzt nochmal alle Bombenrohre in der Dunkelheit. Erstmal die zwei grünen. Die sind richtig geil. Beziehungsweise, der Just for Kyro, der wird jetzt alle nacheinander anzünden. Finalisieren mit blau. Aber Leute, die sind wirklich top. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel die kosten, aber die sind top. Rot. Rot. Sexy. Jetzt noch lila. Alter, so geil. Und finalisierend mit blau. Wir sind verpufft, aber diesmal hat er es blau gesehen. Und definitiv Kaufempfehlungen für die Teile. Und dann. Ich glaube, war vorhin schon so kacke. Ja, gar nicht. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und tschau. Tschau.